grüße es ist sonntag wir haben nicht wahnsinnig was in bezug auf post momentan ich habe wieder ein paar sachen bestellt ich hatte ein bisschen geld übrig aber das könnte sich noch ein bisschen dauern es ist werft also kann das bis ins neue jahr dauern bis ich etwas neues bekomme und da ich jetzt nicht auf konz schaffe dieses jahr oder vielleicht auch nicht einmal nächstes ja wahrscheinlich wir werden sehen das ist ein bisschen dünn dieses mal aber ich denke mal das ist wie im hotel dass ich ein bisschen video vertreiben habe bevor leute glauben dass ich diesen kanal verlassen habe jo thema dumme leute die sich fans nennen oder besser gesagt leute die wirklich wieder einmal und ich denke dieses thema bringe ich deswegen so oft auf weil es mich jedes mal fasziniert wie grotesk es schon ist dass leute sich sperren gegen jede art von informationen die ihnen irgendetwas erklären könnte es sind so quasi ich habe nicht gewusst dann nämlich ich will es gar nicht wissen nicht so genau okay in der sonke kein schwein hier außerhalb von österreich glaube ich und aber in österreich geht es egal auf jeden fall ich habe es dann wieder mal mehr an mehreren ecken nicht nur so ein teamspeak sky facebook überall da hatte man dann total am herumreden in der jetzigen season dieses serie flip flippers ist es so komplex und ich habe keine ahnung wo sie hinführt und was hier eigentlich los ist wenn ich solche kommentare lese zweifle ich zuerst am meinen verstand dann am verstand der andere und dann denke ich mir ach idioten weil flip flippers ist einer von diesen mann okay idioten das ist dieses wahnsinnige des interesse aber flip flippers ist keine von diesen serien so philosophisch groß geboren enzyklopädias müssen um diese serie geschrieben werden so wie um andere epische serien schon bücher geschrieben wurden so marke gandem mäßig wo es doktor arbeiten drüber gibt das ist eine so geradlinie und und verständliche storyline mit wirklich vorstand an einem plagiat grenzenden art style der an trigger erinnert wo es denn von trigger ist okay bevor jemand sagt simpel einfach mit ein paar twists ja aber diese twists sind mehr oder weniger so leicht einselbohr die story ist schön rübergebracht davon gibt es ein paar serien und ich muss sowieso sobald die season vorbei ist muss ich mit ein paar leute wieder zusammen kratzen und ein bisschen darüber plaudern was jetzt man dann abgeht ist schon nicht nur nicht nur ärgerlich scheint beängstigend auf was für einem level wir jetzt wieder einmal befinden wieder einmal wir waren bereits dort die jungen von euch werden das nicht wissen weil ihr jetzt alle zu jung dass ihr diese alten sorgen kennst aber ist ja auch egal auf jeden fall diese wow er liegt zum groß raus und ich frage was was verstehst du nicht und es kommen keinerlei antworten hinter und bevor jetzt wieder sich irgendjemand ich habe mit mehreren leuten gesprochen okay auf etwas sympathische art und weise und auch schon bald mit einer etwas lautere stimme ich meine nicht jemanden speziell bevor wieder jemand anfängt hier herum zu husten weil ich habe man andauernd leute dann unten die kommentare ich fühle mich von dir angesprochen fuck you wenn du dich angesprochen hast du anscheinend ein problem ich sag noch einmal generell ich picke mir nicht einzelne personen raus sondern ich kenne generell wenn ich es als massenphänomen mehr wenn ich wenn ich zehn zwanzig dreißig leute die selben fragen stellen finde weil okay heutzutage ist es so die leute hier im deutschsprachigen raum und auch schon in anderen ecken der welt sehen ja das internet besteht nur noch aus twitter facebook und den ganzen anderen social media websites alles andere wissen sie doch mal was existiert erschreckend muss ich ehrlich sagen ich finde sachen hier wo ich sagen muss warum redet darüber niemand warum erklärt das niemand jemanden und anscheinend muss und wieder mal unser einer der niemand nicht von nirgendwo aus einem arscheck von was weiß ich was wieder mal den leuten anfangen sachen zu erklären oder oder groß die klappe zurückkommt und das habe ich ja sowieso gewusst bis auf die zeit bevor du es erwähnt hast da wusste ich es nicht aber ich kann ja wikipedia fragen weil ich bin so schlau und dann dieselbe personen groß ich verstehe flip flappers nicht diese serie ist zu kompliziert aber die großen lübgesänge geben wenn sie sachen wie zb okkultik nein läuft wo ich sagen muss das ist da durcheinander gewürfelte haufen generischer möchte gern scheiße die ich jemals gesehen habe diese serie ist dumm zum quadrat und versucht als wirklich intellektueller krimi rüber zu kommen wo wie schlau ja weil sie die kamera schief gedreht haben weil über die kamer einstellungen alle alle in tilt oder am kopf stehen wo es sind die billigsten einfach nur aufmerksamkeitsfloske womit fangen sie noch an mit jumpkatz und mit und und ich warte darauf dass ich irgendwann irgendwann nein das hatten sie ja sogar schon in der serie oh subscribe and favor and like fuck you das ist das ist youtube level an armseligkeit und das sagt wenn das irgendwie und wie ich aufbringt schon etwas muss ich sagen okay weil wenn ich etwas weiß was armselig ist okay erschreckend und dann fangen wir jetzt gar nicht an wenn ich mit leuten anfangen zu diskutieren die ein bisschen älter sind und die schon ein bisschen gehobeneren standards haben wollen ein bisschen mehr verzweifeln daran dass sie mehr mit leuten zu tun haben die nicht einmal die zwar die klappe aufreißen und dann aber du noch minuten schon merkst dass diese leute nur auf den kopf getätschelt bekommen wollen ich erbringe das ja andauernd auf in bezug auf mehrere sachen ist das kopftätschelt bist du ein gutes kind machst du brav bist du gut machst du sowas und die leute kommen andauernd her und betteln um lob und um anerkennung für nichts ich komme mir vor wie ein künstlerstudium wo andauernd leute die ohne talent glauben sie sie können mehrere tausend euro füllen weil sie auf eine leimann gefurzt haben das traurige ist dort funktioniert das zeitenweise auch und warum wäre es gar nicht einmal an sobald unser einer oder andere leute ein bisschen mal ein bisschen von der normalen schiene was auch immer diese normale schiene für die heutige generation wie einmal ist weil anscheinend ist nix normal und alles es kommt gerade darauf an was die meisten klicks bekommt anscheinend wieder einmal oder was gerade oh das ist ganz cool das müssen jetzt alle wissen so wenn ich so auf aufbringe ich mich mit leuten unterhalten und dann und dann und dann ein bisschen abschweife ich habe letztens eine diskussion angefangen einmal über diverse dass das jetzt gerade anfangen dass das vor allem eben sagen wir es mal so dauert sektor als im etwas erwachsenen bereich also ich meine nicht in gar nichts mehr was im hinter zu kommen dass sie wesentlich auf strangere pfade gehen okay torschen oder insetsu reihe zum beispiel die drei episoden zum beispiel oder die äh ito wie ist das noch mal schon aber es gibt einige von diesen serien die wo es wirklich schräg ist okay dass du hier verstehst was du hier siehst abgesehen von den pornografischen inhalten dass du den witz dahinter verstehst musstest du eigentlich einen zumindest einen fuß in der japanischen oder asiatischen mythologie und in der folklore haben weil die meisten oh ja ich habe den ring gesehen und meistens die grauenhafte mit wer so mit buffy wahrscheinlich und es ist nicht schlecht aber es ist weiter nicht das was man der japanischen horror vorstellt vor allem das sinn was horror in japan ist ist so dermaßen weit weg von dem was wir als horror verstehen dass die meisten so was wir hier als horror sehen worüber die leute eigentlich eigentlich sogar entsetzen großteils gar nicht einmal der horror aspekt ist den sie in japan zeigen das ist faszinierend eigentlich bleiben wir mal einfach bei der tetsu no den tetsu reihe okay also urban legend series heißt sie eigentlich auf deutsch auf englisch also die urbanen mythen okay dann haben sie einmal hanako den toilettengeist zum beispiel der ja eine die sind ja alles als urban edge also in japan haben sie gehandelt als spirit of the new world okay also das sind alles legenden die nach den 1950ern aufgerissen warum besatzungszeit durch die amerikaner sehr viele sorten haben sich in diesem bereich in dieser zeit geändert und wurden vor allem weil hanako zum beispiel der toilettengeist einer von die einer von den figuren der den meisten sogar hier bekannt ist sogar ich frage mich gar nicht mit diesen lippen aufwummen und 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 ganz andere sachen und das sind einfach nur so mehr oder weniger strange geschichten wo man sagen muss das ist eine horror story aber für einen europäer nicht wirklich horror okay weil die meisten sachen kann man mit anderen verbinden die wir kennen oder zumindest was im westlichen bereich bekannt ist okay die bloody mary sachen sind bei uns hier im europa nicht so bekannt das ist du stehst dich im bahrzimmer und sagst dreimal vor dem spiegel bloody mary bloody mary bloody mary und dann erscheinen sie dir okay das ist in amerika ganz groß gewesen okay das ist uralter scherzer hast du aus der pilgerzeit glaube ich sogar in dem bereich bin ich etwas aber ist wenn man eine alte my das ist das ist das ist auch nach japan gezogen in dem bereich nur eben kann man darüber streiten ob es dahingehend ein ein einfluss von hat weil gesagt es ist aus den 50ern besatzungszeit amerika japan neunzweiter weltkrieg okay und hier hast du eben diesen bereich zum beispiel mythen verändern sich und bleiben trotzdem ähnlich da ist solche sachen in japan zuhauf gibt es auch bei uns die meisten und ihr glaubt gar nicht was würden wenn ihr ein bisschen interessiert was in eurer gegend an alten geschichten so vorhanden ist würde ich wundern am meisten machen das nicht weil selbst hier bei uns gibt es ein paar relativ es ist auch muss wirklich relativ sogar gut für film material serienmaterial umgesetzt werden könnten wir aber nicht machen weil unsere medien scheiße sind ich glaube damit wenn wir uns einheitlich einig sein muss deutschsprachige medien normalerweise hexenverbrennungsartig vernichtet werden gehören also wirklich eine hexen hat angefangen zu hören weil okay von den moderatoren bis runter bis auf zum management sollte normal alles vernichtet werden lange rede kurz sind wir wissen alle worüber ich rede aber halt eben vor allem die urbanen legenden muss man mehr oder weniger zurückverfolgen zu ihrem wirklich 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 alten ursprung zumindest auf die punkte auf dem auf die man sich verlassen kann wo sie literarisch festgehalten sind um zu verstehen worum es eigentlich geht zum beispiel und vor allem muss auch verstehen wie die wie einige von diesen legenden entstanden sind das bei einigen etwas schwerer weil es gibt zwar beschreibungen darüber was es ist und die mehr oder weniger erfundenen geschichten darum weil witzigerweise entstehen meistens legenden in japan bevor sie überhaupt eine backstory haben okay die sachen entstehen und alle und dann und dann fragt irgendjemand um okay woher kommt das eigentlich und dann fangen erst leute an nachzudenken darüber das das ist in der serie in dieser in der serie ganz lustig genau die drei punkte jetzt an diesen dreiteiligen serie jetzt gerade das angebracht haben das sind drei figuren die die angefangen haben ohne eine backstory also keine hintergrund geschichte strange hanako zum beispiel die story jetzt so du gehst im dritten stock in die ins mädchenklo und in der dritten kabine musst du eine tür klopfen ihren namen sagen ob sie da ist und dann antwortet sie dir eben ähnlich wie bei dem plan und dann wenn du wenn du dich traust kannst du diese tür dann auch öffnen müsste in dieser kleinen kabine ein mädchen in der ecke stehen sehen mit einem rot gelben meistens aber meistens gelb weiß aber meistens gelb rotem kleid schülerkleid warum das war früher in gewissen ecken von jahren waren die schuluniform für schüler damals englisch sogar die sommeruniform glaube ich sogar der hintergrund ist bis heute nicht erklärt es gibt einige theorien aber die meisten gehen davon einfach nur aus dass es einfach nur weil es in diesem zeitraum entstanden ist okay der grund warum sowas entstanden ist und das ist lustig für alle mann jeder kennt die sieben legenden die jede japanische schule hat ok oder die sieben wunder in jeder japanische schule ältere serien die in der schule spielen überall diese sommer challenges und diese diese mutproben die sie haben wenn sie nachts in die schule in den wald gehen und sonst ist jeder in jeder season gibt es irgendwo einmal eine serie erfasst okay bis heute noch immer nicht mehr so oft aber sie kommt immer wieder mal vor diese sieben legenden die jede japanische schule hat sind großteils von den lehrern erfunden worden oder heute eben von den lehrern aufgeschnappt von den schülern und dann fest ja das stimmt immer warum um mehr oder weniger schüler davor zu merke abzuschrecken sie mehr haben einen scooby doo trick angewandt um leute davor in der schule zu randalieren das war in den 50er jahren ein großes problem das war auch die zeit da wo die ersten yankee also delinquent also diese typischen jugendbanden wirklich groß waren und dann von den schultern ebenfalls du siehst das andauernd diese typen die in schwarzen schulunformen mädchen wie jungs durch die gegend ziehen mit meist mit 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 baseball schlägern ist ja wirklich gut und mit typen meistens diese grotesken schmalzlocken mag jetzt schon die bravo auf ok das ist eigentlich auch der ge einer der einer 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 der gags aus jojo bis hassen menschen aber wie gesagt das sind so viele sachen die du eigentlich verstehen musst vorher damit es ist quasi wissen schadet nie es konnte ich nur verbessern und bereichern sogar den humor kann es und du kannst über sachen lachen die du zuerst mal verstanden hast aber wie gesagt das ist was für leute die wirklich was sich interessieren aber heutzutage ist ja anscheinend der begriff leute die sich interessieren nicht mit dem begriff fan auf einer ebene weil heute ist man ignoranz ich weiß nicht was ich tue aber ich mag es die ganze zeit aber eigentlich nicht ok und es hat klätengeist hinakutschen hanako muss aufpassen zu viele haars es ist so viele figuren die mit haaren fangen es ist sehr sehr strange der grund warum das was erstanden ist kann man sich eigentlich ziemlich denken 50er jahre großteils umstrukturierung des bildungssystems wie gesagt damals war auch diese zeit wo die ganzen jugendbanden angefangen und die ganzen die linken sachen und das ist ja sehr interessant da gibt es eine menge lesematerialien erforschen 50er in japan waren interessant eine von den großen jugendrevolutionen auch ebenfalls warum umbau der öffentlichen gebäude das heißt die meisten werden nicht mehr merkt es gibt sehr verschiedene arten von toiletten zum beispiel japan diese altmodischen auf die man sich hockt diese mehr oder weniger in den boden eingelassenen länglichen schüsseln das sind die ältere version ist die alte version die jahrhundertelang ok in japan gängig waren ok sie sind eigentlich im großteil im östlichen bereich von der welt ok sie sind trau ich weiß gar nicht wo man sie überall führen sie sind sehr sehr weit verbreitet gewesen ok sehr weit verbreitet und im westlicher standard wurde eingeführt das heißt die toiletten wurden geändert also wortwörtlich shit is changing und die leute haben nicht unbedingt immer den positivsten reaktions bereich darauf was vom alten toiletten großteils vollst du in einem alten gebäude mal solche örtlichkeiten aufgesucht haben was haben solche vor allem alten toiletten großteils für wunderbare interessante und strange fehlfunktionen angefangen von auch einmal schlägt wasser zurück weil die leitungen nicht gut verlegt wurden was in öffentlichen gebäuden meistens so ist weil ihr budget fuck you alte leitungen vor allem vor allem wenn sie aus eisenrohren oder oder auch aus porzellan gemacht sind was wahrscheinlich am ehesten der fall ist übertragen schallwahnsinn gut noch ein faktor ok plus wie gesagt der so der jugendbanden aspekt dass leute angefangen haben gegen die schule gegen schul und alles mögliche zu revoltieren stell dir vor du bist ein mädchen in der schule vielleicht grundschule vielleicht höhere bildende schule in einem neuen schulgebäude das gerade frisch und mit du hast diesen leuten noch keine erfahrung mit zum beispiel auf einmal musst du auf sowas drauf sitzen du warst noch nie auf sowas drauf gesetzt also noch nicht lange auf einmal hast du geräusche die anscheinend aus dem aus deiner umgebung kommen obwohl du weißt dass du alleine bist warum schall wird übertragen durch die leitungen von anderen ecken des gebäudes manchmal sogar die dieses geht kann weit gehen ob und so wenn es wenn ich entsprechende voraussetzungen gegeben also hast du mehr oder weniger allein den mythosfaktor der in japan immer groß ist vor allem wenn sachen die sind die nicht nicht wirklich bekannt sind fehlfunktionen in installation und komische geräusche die übertragen werden von anderen räumen zb von einem oberen stockwerk unter dem stockwerk raum nebenan oder räumen noch weiter weg du bist ein mädchen das gerade auf auf sette sitzt und mehr oder weniger stimmen hört die wahrscheinlich von anderen die gerade sich in einer anderen toilette entweder irgendwo im gebäude ober die unter die irgendwo sich gerade laut stark unterhalten wahrscheinlich rauchen und so weiter weil wie gesagt die schule mehr oder weniger als die klasse überspringen wollen zum beispiel ja und du hast darüber keine ahnung bloß eben ja bestimmte andere sachen die man von alten toiletten gewohnt ist zum beispiel absolut perfekter nirnboden für eine legende plus und eben den tatsachen das eben angefangen haben lehrer solche urbanen mythen da ist es von selbst spielen lecler wie die zum leben am wochen den schaufiguren in den arbeitszimmern zum beispiel die 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 anatomisch korrekte korrekte modell zum beispiel im biologieraum und so weiter und so fort sind alles sachen die entweder von lehrern erfunden wurden oder hat eben von schüler aufgebracht und dann von lehrern gefördert wurde ganz einfach nur darum um leute nachtens in der nacht so leuten fernzuhalten von der schule was hat eben dann über lange sicht aber nicht so gut war weil er aus der neugier angefangen weil die neugier ist manchmal stärker ist die angst die man in der zweiten episode attäuschen den setz zu reihe also urban legend ja das kriege ich nie raus ich konnte es auch nie gut gut ausbrechen okay die jetzt eben zum beispiel eben mit sarko also wenn mädchen aus der ring geht okay der der was mit baffe weil es mit dass das eben mit dem versessenen haus das ist eben ein bisschen video mit den sieben tagen bevor du schreibst okay also mädchen aus dem aus dem fernseher raus ebenfalls das ist eine legende die sogar ziemlich alt ist und sogar mit der dritten episode aus dieser reihe die jetzt gerade raus ist mehr oder weniger in mehreren ecke verbunden ist also aufgepasst fernsehen videokassette was für den grund könnte jemand haben so eine legende zu erfinden und zu fördern dass wenn du ein video schaust du noch sieben tagen stirbst ein video mit inhalten die du nicht verstehen kannst erste erklärung eltern und wir sind all der meinung okay egal wie gut deine eltern an einigen punkten sind eltern immer arsch und das ist wenn sie dir einreden wollen dass sachen existieren nicht um dich von etwas fernzuhalten wiederum kontrollversuche in bezug auf her wir fördern eine bullshit erklärung um kinder von etwas abzuhalten was kann kindern bei vhs retten abhalten pornos deshalb ist diese verbindung jetzt hier gerade als dieser hentai seere gerade sehr interessant ehrlich gesagt weil hier ist es eben so dass es eine legende ist die mehr oder weniger es gibt verschiedene stories das ist das interessante bei den ganzen urbanen legenden sie ähneln sich alle und beschreiben mal dieselben figuren aber unterscheiden sich eben von was für einem ort und was für ein eck von japan du bist und was du hörst aber die grundidee sind wir also falls jemand glaubt dass er irgendwas anders gehört oder irgendwas ähnliches nur ja es gibt mehrere okay alleine das über 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 hanako zum beispiel gibt es mehrere verschiedene personen darfst du wenn du auf dieser satte ist die von ihr besessen ist mehr oder weniger und du eine lüge erzählst wo es jetzt dazu geführt dass leute mehr oder weniger schüler andere schüler auf die schüler zwangs versetzt haben okay und so quasi wenn die und sie ausgefragt haben als lügen geteckter test wenn du dort lügst bringt sie dich um zum beispiel also andere und andere so es gibt diverse was schon von schule zu schule unterschiedliche legenden allein dazu müsste man aber das grundidee was da ist ist mädchen im klo geist du klopfst und nennst ihren namen fragst ob sie da ist sie antwortet grundidee die vielleicht ist groß ist immer gleich also quasi da in der kern der storyline ist immer dasselbe alles rundherum ist regional okay genau dasselbe ist eben das auch mit dem mädchen aus dem fernseher oder eben salako oder das mädchen aus der ring serie zum beispiel ebenfalls uraner legende hat aber witzigerweise weil das ist das interessante in japan ist es anscheinend extrem gruselig wenn du deine haare im gesicht hast das geht auf eine gute begründung da es nämlich in den im siebzehnten jahrhundert und oder vielleicht noch also irgendwann um 1600 herum kurz vor der edo periode sehr viele weibliche und auch männliche als weiblich verkleidete assassinen gab die die haare im gesicht trugen um ihre identität zu verschleiern daher kommt auch die legende von der beautiful on the on the on the on the back ugly on the front ich habe vergessen wie der original titel von dieser figur heißt es ist eine frau die du von weitem siehst meistens nachts trifft du siehst von hinten wunderschöne frau in einem wunderschönen kleid nur eben ihre front ist mehr oder weniger und das lustige ist dass sie stellt ihr frau wenn du sie von vorne wenn sie wenn sie wenn sie wenn sie sie von hinten sieht lauf weg denn wenn sie sich umdreht bist du im arsch wenn sie auf die zukunft bist du sowieso im arsch okay ich springe jetzt sorge dass ich hier durch die gegend springe aber diese legenden sind erstens so ineinander verflochten und einige von diesen figuren springen so sind sind so du musst so viele verschiedene verbinde die punktespiele im dreidimensionalen raum das ist irrsinnig komplex an einigen stellen und glaube ich beschreibe nur die gängigste sind das sind die billigste der billigen folklore okay das ist so mehr oder weniger hänsel und gretel level okay das ist das ist das ist die urversion einer weiteren urbanen legende die wahrscheinlich auch irgendwann mal auftaucht mit in irgendeiner serie wieder mal ja fast sogar sicher wenn man dann in diese richtung geht wieder ist es eben diese frau stellt eine frage was ist die frage bin ich schön das problem ist das das ist eine mehr oder weniger egal ob es ein mythos ist männer wir wissen alle was das heißt fuck du kannst von ihr weg laufen sie verfolgt sie ist mehr als über diesen film it follows du wirst nicht mehr los bis du ihre frage beantwortet das problem ist das du kannst mehr oder weniger nicht antworten und abhauen das ist das problem es gibt keine richtige antwort hier du bist immer im arsch immer im arsch denn wenn du sagst nein du bist nicht hübsch bringt sich um du sagst du bist hübsch nennst du zuerst den lügner und bringt dich dann um weil du gelogen hast dasselbe ist mit der urbane legende der slipmerwoman eine legende die sich darum dreht dass ein ehemann seine frau mehr oder weniger zu tode geschnipselt hat nachdem sie anscheinend ihm nicht treu war es gibt aber auch verschiedene es gibt einmal dass sie nicht treu war dass er nicht treu war auf jeden fall eines damit dass er sie mehr oder weniger mit einem küchenmesser mal trittiert und ihr merker ein breites grinsen über die von einer wackelte nix also deswegen heißt sie aufs lippen aufbomben weil sie mehr wie ein riesengroßes maul hat jetzt aufgeschnitten und ja ja an alle mortal kommerspiel daher kommt das auch ist auch sehr einfach ist von die von diesen sachen die irgendwie dann in die ganze ja daher kommt das und das lippen aufbomben ist genau dasselbe sie trägt eine maske davon gibt es auch sehr verschiedene version einmal trägt sie eine wunderschöne portal maske in der neueren version in der eben in der urbanen legenden version die wir jetzt haben zum beispiel trägt sie einfach nur diese typischen stoff oder papiermaske die japaner tragen wenn sie erkältet sind um nicht an den range stecken und ebenfalls sie ist meistens eine junge frau entweder in einer schuluniform oder in einem wunderschönen kleid die auf dich zukommt ebenfalls die haare ins gesicht hat aber du siehst ihr gesicht teilweise da sie eine maske auf hat und sie ebenfalls fragt bin ich schön wenn du sagst ja nimmst du die maske ab dring dich um wenn du sagst nein bringt dich auch um keine ahnung wurde die moral hinter sind gestochen es liegt aber es ist halt so als lustige ist wie gesagt es gibt mehrere von diesen personen was uns zut und eben diese ganz und sowas hat sich dann eingearbeitet in ebenso urbanen mythen siehe eben dass die sache mit den ganzen videos zum beispiel oder salako zum beispiel die aus dem fernseher kommt weil das leute ihren kinder erzählt haben damit es nicht video kann es ist ein video das kein label hat und wir nicht wissen wo es herkommt aus mama und papa schublade gleich neben dem kleidmittel was könnte es was ein kinder damals ja was wir wissen alle wie das läuft da du schaust das video und dann nach sieben tagen stirbst du es ist eine typische zeit lang funktioniert und dann haben kinder dann siegt wieder die neugier die neugierde menschen ist immer noch stärker als die angst immer und das ist eben so und dann war meistens aber okay warum ist es ein mädchen das in dem video aus einem brunnen kommt warum warum hat die haare ins gesicht ebenfalls das führt uns zu nummer drei in der toshinote sensorei ok ich glaube immer noch dass ich das falsch ausspreche sorry sorry ich verlinke unten das ganze an ist halt stieg nach unten ok dann könnt ihr nachschauen und wie gesagt wenn du da anfangen zu suchen siehst du die geilsten sachen und das ist wieder die art ist sowieso mehr bildungsauftrag meinerseits weil alle die es wirklich könnten und die zuschauer haben machen es nicht weil glücks weil sich aus ist egal ich fange schon mal mit ok für uns zur dritten serie also eine episode in dieser serie ok es ist einfach nur so die eight foot tall woman also die 2 meter 40 ein bisschen drüber große frau ok und da habe ich sogar musste ich sogar noch mal googeln weil ich habe ihren namen vergessen und ich weiß hat sie sagt kusama also die 8 foot tall woman oder einfach nur 8 foot tall also die große frau was mehr oder weniger ist slenderman sie slenderman sie entführt leute meistens kinder das interessante ist sie ist eine abhandlung der tall woman ok ich habe keine keine hast du da ist die original oder ich habe es hier ich habe sie nähe nicht sarko wo yukai anna kohl ich dachte hier ist ich habe es ich habe doch gewusst ich habe noch irgendwo ein tab offen hier takana ona ok einfach nur die große frau oder die die groß wachsende frau sie ist ein u.n.c. eine ziemlich alte die damals in einem buch der 100 dämonen vorgekommen ist um die note da oder siehst du gar nicht beschrieben war also der letzte war für die seite auf so gut ich sagen kann dass das 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 japanische mit dem ein ein leichter stecken für mich ist es ist wirklich komplett da überhaupt das ganze ein auto hat 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 dieses diese figur mehr oder weniger erfunden ja behauptet und in einem buch geschrieben dass er die legenden der 100 der 100 dämonen genannt hat glaube ich soll das ist in der wikipedia seite die ein paar bilder von ihr zeigt das ist alles verlinke ich ebenfalls unten dann auf jeden fall eben wie gesagt die große frau total wo man ist eben der grundstock für eben diese urbane legende der der acht der zwei meter vierzig war im 8 foot tall woman eben hier daneben bei diesen hier was hier was hier was hier was hier was ja 8 foot tall und sie entführt sie ist einfach nur beschrieben als eine sehr große gestalt weiblicher natur in einem weißen kleid ebenfalls der haare im gesicht das interessante bei ihr ist eben dass dass sie aus mehreren verschiedenen legenden zusammengeflochten ist auch schon vorher wie toll wo man ist eine figur die bis zu ihrer literarischen erscheinung glaube ich irgendwann in 1650 oder so herum wenn ich das bin wann diese ich muss dann noch mal nachschauen ja vorbereitung wäre ab und so ganz positiv aber ich will mir frei von der leber sagen und lieber mache ich fehler in den sachen die ich weiß als dass ich mich hinsetze und leuten behauptet ich weiß alles und dann lese ich nur irgendwas ab das morgen jetzt überlasse ich den leuten die sich dann das mal schämen dürfen wenn sie auf konstante fragen beantworten müssen die sie keine antwort wissen auf jeden fall im großen ganz ist die beschreibung nach simpel okay die 8 foot tall woman als große frau entführt kinder mehr wissen wir nicht okay und eben in dieser version die diese diese dieser hentai serie gibt eben sie entführt sie nicht direkt und der hintergrund bei ihr ist ja so dass das dass das dass sie eine verlorene seele ist die in einem dorf rituelle einführung der jungen knabel in die als erwachsenen alter und da sich jemandem hentai handeln muss ich nicht sagen was sie macht und das was ich auch nach ihren dahin scheiden führt sie ihre pflicht durch und bringt junge 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 männer oder jungs in das erwachsenen alter grundgedanken ist dass sie hat am anfang ebenfalls wiederum das ist auch beschrieben in mehreren skripten hatte keine vorgeschichte obwohl es andere legenden gibt die ihrer situation relativ ähneln das ist eine interessante figur okay erst einmal sie ist eine figur die anscheinend durch die stadt geht im großen konzen nichts tut außer dass sie ihren körper lang strecken was sie oft mit der mit der mit einer schlange frau verwechselt lasst ist ebenfalls eine legend in japan gibt es mehrere die geschichten der wetter und wer ein fisch ist mit einem frauengesicht was irgendwie aber okay das ist was ich hier mache ist das bär mit kindergarten niveau anlegenden ok obwohl ihr meistens auch nicht gehört ok auf jeden fall umgenommen eben der großen frau ist sie ist jemand der von dem material das man kennt abgesehen davon dass ihre beschreibung ziemlich vage war und sie keine backstory hatte am anfang die da später erst nachher nachgefügt wurde wie es mit dem ersten legenden ist aber hier kann man es eben nachvollziehen weil literarische sohn übrig geblieben sind zu unserer sohn wo mir als mündlich übertragen wurde und dann erst mündlich dann dazu gedichtet wurde bis es dann endlich niedergeschrieben dargebracht ist ok wurde 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 und in japan ist mehr so schriftlich und dann kam schriftlich noch die mündliche legendation und ebenfalls schriftlich niedergelegt wurde ok ok auf jeden fall hat es jemand und immer ok woher kommt dieser wie ist der auto auf diese figuren kommen erst noch mal es gibt legenden mit großen frauen en masse in japan ok die meisten sind die yokai richtung also yokai feint spirits grundsätzlich geister ok einfach nur geistern wenn die ohne fraktion mehr die dämonen version ist die ist eben yokai meistens yokai sind meistens revengeful oder zornige geister also war das lustige ist dass du kannst das ist interessant dass menschen nicht einmal sterben müssen um zu yokais zu werden das ist interessant weil in japan ist so dass du wenn du an einem punkt daneben bist wo du so voller hast so voller zorn und so voller revenge bist dass du ähm dass du quasi dass das über die physikalische welt hinausgeht wow musst du angepisst sein dass du so weit schaffst und so wie ok irgendwer jetzt aber schon also quasi tss rage to the maximum ok wie alle kennen die saison aus youtube und ähm auf jeden fall kannst du sogar als noch lebender mensch zum yokai werden vor allem ist voll interessant irgendwie wo es sich eigentlich übertragen sind ja nur um geister hat es sind geister in dem sinn das ist die gängigste gängigste nicht allgemein gängigste beschreibung davon übersetzung dazu das einzige was sie gemacht hat ist sie kommt in die stadt sie ist ziemlich groß und sie und und hat eine interessante interessantes interesse an bordellen dass die story die danach hinzugefügt wurde ist dass sie eine frau war die so groß und so hässlich war dass sie niemals einen zu hass und zorn und frustration wir wissen alle wie das geht geführt hat dass sie eben zu einem yokai wurde in ihrem in ihrem nachleben und jetzt anfängt oder eben angefangen hat leute vom geschlechtsverkehr abzuhalten erscheint deshalb hat sie eine interessante sie sieht meistens in die fenster von bordellen hinein und dann habe ich habe angefangen okay jetzt kolambo ich den schickmull aus dieser storyline du hast einen autor der eine storyline aufnimmt wo man sagen kann dass es keine richtige backstory bis auf ein paar ähnliche stories zu den komme ich noch keine angst der eine geschichte erfindet über eine sehr große frau in weiß diese komisch verhält laut der beschreibung und eine interessante faszination mit bordellen hat und in die fenster vor allem beschreibung dessen weil sie so groß war und auch wachsen konnte oder sie ihren körperlänge ziehen konnte was ein teil einer anderen legende ist wie gesagt zu der komme ich noch was war in dem gleichen zeitraum ungefähr eine große veränderung in der gegend als das passiert ist habe lange nach nach habe ein bisschen herum gesucht und kann man auf eine interessante möglichkeit ist keine erklärung eine möglichkeit woher dieser autor diese sachen hier her hat okay abgesehen von anderen legenden die einfach nur schamlos kapitel games märchen mäßig stahl mäßig ja und es ist eine geile idee okay ich kenne andere geschichten die in späteren jahrhunderten so um 1800 herum die ebenfalls in dieser toll wo man hineinspielen aber das ist was ganz anderes missionare im gleichen zeitraum als diese geschichten aufgetaucht sind gab es etwas dass missionare in japan aufgetaucht sind großteils männer meistens aber auch nonnen missionare hatten meistens grau grau weiße kleider und jetzt überleg dir mal du bist ein japaner von dallas japan 1600 irgendwas vielleicht auch ein bisschen früher die daten die ich hier gefunden habe sind alle ein bisschen so okay es gibt so einen typen der der xavier geheißen hat anscheinend st christoph's xavier anscheinend der irgendwo in 1600 irgendwas einmal das erste wo die ersten missionars geschichten aufgezogen hat und danach kamen regelmäßig mit anderen schifffahrtslinien mehrere missionare nach japan deswegen das ganze sache wenn du sowas hören willst über die über die ganzen sachen die in der vor allem in der edu-periode in japan abgelaufen sind diese ganzen versteckten christen zum beispiel gibt eine gute sache dann in samurai champelhoff falls du das ja noch nicht kennst schaust daran sehr gute sehr gute sere geiler humor geile unspielungen etwas älter wie gesagt sorry die richtig guten sachen sind niemals neu grundsatz weil meistens haben brauchen zeit um zu reifen deswegen finde ich die ganzen binge watch geschichten ein bisschen idiotisch weil ich kann nur eine serie schauen wenn sie fertig ist weil ich kann nicht eine woche warten auf die episode so dann machst du dir die serie eigentlich kaputt aber ist deine sache für dich ist ein ist ein bier ich weiß nicht lang streiten auf jeden fall missionare als japaner im final japan triffst du einmal eine große frau aus europa die entweder gar nicht und nur gebrochen japanisch spricht wenn überhaupt wie gesagt diese kommen definitiv komisch verhält für deine verhältnisse das ding ist mindestens doppelt so groß wie ich auch für damalige zeit okay japaner waren sehr 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 viel kleiner damals auch europäer aber nicht im verhältnis zu japan war okay das ist das ist das strange hier okay und du hast wirklich dieses ist es wirklich ein clash von kulturen ja die meisten meisten missionare waren männer aber es gab auch noch nicht die mit kamen also interessant oder könnte hintergrund sein muss es aber nicht es gibt ein paar andere geschichten wie gesagt dass damals als das in kyoto wurde glaube ich eine missionarstelle aufgelassen und das dann zu diesen versteckten christen geführt hat dann eben richtig richtig christverfolgung angeführt hat dass dann europäer mehr oder weniger sehr allgemein auch sehr sehr negativ behaftet und das sind meisten leute die versucht haben und da und undercover das ist das ganze japanischen untergrund hoch also in die jakusa richtung alles runter ins dunkle milieu gezogen ist und dass dann einige was bewiesen haben dass einige missionare und auch und auch neuen damals abgetrifftet sind in das in etwas dunkleres milieu was dazu geführt hat dass um 1800 irgendwas sogar frauen als geldeintreiber gearbeitet haben warum eine schlaue idee der damaligen bandenschefs damals allgemein frauen werden nicht unbedingt als eisenmann okay auch da der samurai zeit oder lange lange vorbei ist an diesem zeitpunkt wiederum ganz ohne richtig oder gibt es doch da gibt es filme da gibt es serien scheiße viel zum unschauen wenn es dich interessiert schau doch noch okay ist in der samurai zeit oder uhu geniale story dramatisch und traurig und traurig und traurig bis zum geht nicht mehr aber wirklich lesenswert und wirklich unschaut wenn es denn das sind noch steht dass du als mann die ich nicht gegen eine du kannst dich gegen deine eigene frau behaupten aber fremde frauen und jetzt denkst du bist ein typ der der mafia oder der unterwelt geld schuldet und bist du logischerweise bist du meistens nicht unbedingt der typ der was wirklich sowas auf dem elendsten niveau arbeitet so typische white trash wie in amerika und eben und da hast du bist du ein typ der der das der dem matriarch hat nicht unbedingt wirklich geflogen zugestellt der nicht mit den frauen damit mit der frauen situation zurecht kommt dass er angst vor der frau haben muss das sind ja aber nie vorgekommen bis in die neue zeit aber hast du vor dir eine grimmig dreinschauende frau die mehr oder weniger dich mehr als nur zwei köpfe über drohend da sagst du nicht nein sogar wenn du das nicht gewohnt bist das ist logisch das ist quasi wie machst du quasi eine geldeintragung geschichte so kompliziert komplex los einfach und schnell über die bühne gehend und da das spielt auch diese ganze ganze storyline einem inzug auf oh du hast kein geld ja dann wirst du deine schuld mit deinem körper bezahlen glaubt mir glaubt es kann wie viele familien ihre kinder weggegeben haben welche schulden hatten ebenfalls traurig ist nicht unbedingt so positives thema in japan ja noch da kommt es ganz nicht aber kommt es gibt ja mehrere storylines wo ein junger mehr oder weniger die schulden seiner eltern aufarbeiten muss und dann im klasse in eine andere situation reingezogen wird entweder in einer schule oder in einem nobelen herrenhaus und so weiter und so fort nicht kennt man wie gesagt heiratete der combat butler ist ja eine davon und man kann davon ausgehen dass auch daher diese diese legende angefangen hat langsam das ist ihre grundidee das ganze mit mit der 8 8 fuß großen frau also mit der zeit 40 großen frau okay auch für unsere europäisch weil das wäre das verdammt groß meistens dem übertrieben dargestellt weil ja alle europäer japan irgendwie groß rüber kommen sogar so zwerge wie uns einer aber du kannst durchaus sehen dass das solche punkte halt eben das ganze in so eleganten rein füttern vor allem wenn man bereits vorher so eleganten hat was sich ja zurückzuführen zu der tallwomen wo er am anfang war und den legenden aus deren ihre figur möglicherweise entstanden sowohl zuerst die anleihen herkommen siehe zum beispiel eine legende über eine frau die mit einem holzplatz verheiratet ist die mit ihm der der als der sich als der glücklichste mon der welt gefühlt hat weil seine frau ist nicht nur für ihn da sondern sie geht mit ihnen auf arbeit sie hilft ihm bei der arbeit sie geht mit ihnen holzhacken und über die und über 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 die längere zeit hat er immer wieder mitarbeiter und und helfer für seine arbeiten weil holzhacken gruppensport und ist nie alleine im wald und dass ich über eine lange zeit am messen über 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 ein jahr lang mehrere mitarbeiter gehabt hat und die sind alle noch kurz wie verschwunden und da muss immer wieder neue leute einstellen weil immer alle nur kurz geblieben sind und dann weg waren und also was nicht ungewöhnlich ist aber heute eben irgendwann so auf einmal kommt darauf nein die sind abgehauen auf einmal kommt darauf okay er erwischt eine frau wie sie auf einmal seine arbeiter frisst und dann entdeckt dass sie eben keine normale frau ist sondern eben eine jockei also ein menschgeist wo wir wissen was hier in der ist der stelle wenn wir ihnen verkleppen worauf woher sie genau kommt sie sind aber schon dass das 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 dass sie eben ein solches jockei geschöpft ist und als er sie darauf anspricht attackiert sie ihn er schätzt sich zu wehr und wirft sie in so was war so affekt den brunnen hinunter jetzt werden die meisten von euch ja genau dahin geht das als er dann glaubt er ist eben diese seine dämonen frau los oder okay ich denke mal dass er eine ziemlich zwiegespultene situation ist also scheidungsdramen sind ja brutal weil sowas war gute frau dann böse frau jetzt tote frau stress muss man so sagen die starre endet hier nicht und da gibt es verschiedene interpretationen ebenfalls weil grundidee ist das dass er glaubt dass er sie los ist da er sie den brunnen runtergeworfen hat aber und da kommt eben diese geschichte der toll tollwomen oder großen frau entgegen sie auf einmal streckt ihren körper in enorme länge und kann so aus dem brunnen heraus steigen natürlich triefend nass mit den haaren natürlich nach vorne quasi und verschwört dann witzigerweise in den wald in einer anderen story bringt sie auch ihn um und haut dann ab und wenn die frage okay wer hat dann die story erzählen sollen so typische siemanns kannst problem hast du niemand hat überlebt wer hat eine story erzählt auf jeden fall und meisten denken das daher dieses dollar es gibt eben mehrere möglichkeiten wo diese sachen hinkommen und so etwas wenn du solche hintergründe zum beispiel okay ich gehe hier ziemlich weit weit raus weil die meisten immer auch sogar ich habe keine hangtis was magst du den ganzen tag im internet außer facebook wenn du wirklich nur facebook macht ist dein leben wirklich sehr fahrt aber egal und andere so außer du spielst den ganzen tag irgendwelche rollenspieler oder sonst irgendwas oder sonst wenn man okay ich spiel jetzt auch in längeren zeit im bettel nicht herum aber was so ist auf jeden fall wenn du solche sachen jetzt siehst zum beispiel eben warum die reaktion in einigen serien auf besonders große charaktere so strange ist ja das sind wegen dieser legenden okay vom europäischen standort her für uns ein bisschen aber wenn du es weißt und dann eben die reaktion darauf siehst vor allem wenn es um so mythologische sachen geht ist es relativ interessant zu wissen woher es kommt weil es wesentlicher bereicherung ist für das vor allem du verstehst wo es hingeht obwohl das ist ja ein level das die meisten leute gar nicht einmal erreichen werden heutzutage wahrscheinlich weil wie gesagt das desinteresse jetzt noch so groß ist dass du selbst wenn du ihnen die informationen vor die füße kotzt sie nicht einmal die schuhe abwischen wollen fällt ja von alleine ab das ist das problem jetzt spontan weil die diskussionen die ich jetzt miterleben muss das ist wirklich auf einem level das grotesker nicht sein könnte und ich erzähle jetzt einfach nur deswegen quer durch die durch die gemüsegarten einfach nur mal ein bisschen ein potpourri dessen zu geben nur allein um drei episoden einer kurz laufenden hentai serie zu erklären um zu wissen was eigentlich der hintergrund ist weil und ich habe wesentlich große brücken ausgelassen ist nur ich habe mal kurz den kratzer in den lack gemacht okay da gibt es so viel so viel mehr und das interessante daran ist sich ein bisschen damit beschäftigt du musst nicht einfach man in historischen geschichten und mythologie sein als du es verstehst das ist in japan auch nicht jeder aber zuerst einmal die gängigsten grimm-märchen im verhältnis zum japanischen wäre es gut zu wissen die gängigen folkloressachen okay sowieso das 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 regenschirm mädchen das ebenfalls leute entführt immer wenn es regnet zum beispiel in rekan kamen einige von diesen figuren vor zum beispiel vor ein paar seasons zum beispiel das mädchen dass das geister sehen kann zum beispiel und damit ganz okay ist und alle anderen flippen dabei nebenbei aus da kamen auch andere figuren dabei vor wo sagen muss ja das sind diese ganzen joker das ist diese lebendig gehaltene folklore und diese ganzen legenden die eben mit da sind von den meisten abgetan werden auch in japan wir wissen was es ist aber wenn ich nicht mehr so ernst aus aber irgendwas passiert was ein bisschen an der an der an der oberfläche kratzt und dann okay das ist das interessante in japan ist das ist eine moderne gesellschaft ja das mythologische ist nicht weg das ist das schön bei uns wo mir alles egal ist jetzt an die sachen die wir schon wieder verloren haben weil deswegen sind die medien so scheiße auch weil die haben nichts mehr mit dem sie arbeiten könnten worum willst du arbeiten hier bei uns heute regnet es egal auf jeden fall ich hoffe ich habe heute ein bisschen was unterhaltung geliefert es ist eh schon wieder viel zu lang wo mann 52 minuten und 31 sekunden wird mir laufen leute ärgern aber wer weiß vielleicht hat einer ein bisschen davon was gelernt oder vielleicht ein bisschen interesse gezeigt ich werde auf jeden fall ein paar sachen unten verlinken wie gesagt serie weit noch ein paar wikipedia seiten für ein paar von den figuren ich erwähnt habe damit ein paar leute ein bisschen spaß wenn nicht komplex machen hey ich habe wenigstens video gemacht und da ich sonst nichts anderes mache gehe ich jetzt wieder ins bett ich habe morgen wieder viel arbeit und die sachen die ich gerade gemacht habe brauchen wahrscheinlich noch bis morgen zu trocken sind ich hasse den winter nichts wird fertig nichts wird fertig also in dem sinne hey tschau bis zum nächsten mal her und wie gesagt ein haufen von den von den youtube waren wo man eigentlich denken könnte dass dass sie solche themen mehr auffassen um den leuten was beizubringen die es natürlich nie machen werden weil wir brauchen die klicks wir brauchen die likes das wird sowieso im nächsten jahr wahrscheinlich sowieso irrelevant werden bei youtube aber egal in diesem sinne hey ich hoffe ein oder zwei von euch haben was dabei gelernt oder waren zumindest unterhalten von meinen ganzen ausrostern oder haben verstanden was ich gesagt habe wir haben nicht noch drei minuten aufgehört zuzuhören so wie meistens wahrscheinlich auf jeden fall tschüss bis zum nächsten video und oben europäische legend sind ab und zu recht lustig japanisch legend sind noch viel interessanter weil sie so strange und so weit weg von unserer kultur sind einfach nur deswegen und du kannst nie verlieren wenn du mit sowas beschäftigst niemals wissen ist macht und scheiße unterholzern wenn du weißt wo du hin musst nimmst es hier tschüss bis nächsten mal und eine schöne arbeitswoche und das kurz vor weihnachten ah cheers